hallo herzlich willkommen ich habe mir was schönes gekauft beim angebot und jetzt mache ich mit genie ein paar booster auf beziehungsweise er macht auf ich halte nein du machst auch auf doch ich seht ihr das einfach nur 75 sind einfach nur vier karten halt drin aber es ist ja angeber und 1,50 die war auch mal angebot dazu sage ich jetzt nichts für was die gekostet hat und dann haben wir noch was schönes aber bei der sache bin ich noch immer überlegen ob ich das aufmach alles heute bei müller gekauft gar nicht aber es bleibt dazu machen jetzt einfach mal das erste bus ich wollte zwei ich mach das jetzt komplett auf oh mein gott nicht ich hatte halt ewig schon eine booster macht eigentlich mache ich das auch viel schöner auf also insektenpanzer mit laser kanone boku ichi der güter wagen eid des festungswahls und befreiung nicht meine glitzer karte mission das ist ein schöner theresam ich war ja da jörg jetzt steht das so da drauf ganz unten. Erstauflage. Gut, wir machen das zweite auf. Ey, das ist... ich krieg das grad... ich versuch's grad schön aufzukriegen, aber... Denkt ihr, ich krieg das grad auf? Kommt wahrscheinlich auch von der Wärme, von der... die Wände sind verschwitzig wie sonst. Oh, der Torwächter, aber nicht DER Torwächter, den man denkt. Danipun. Danipon. Eine bedeutende Störung und... Zerbrechen ziehen. Mal wieder keine Klitzekarte. Und er hört... Ah, sehe ich jetzt erst! Ganz klar... oder sieht man das hier so da? Da steht auch Speed... äh... also das ist so ne... Ich versuch das jetzt irgendwie einzufangen, aber man sieht das glaub ich nicht. Doch, man sieht's. Allerdings heißt das die ganze Zeit dann krumm. Ja. Willst du die anderen beiden aufmachen jetzt? Ja, dann pack ich mal eins aus. Ja. Ich muss näher an den Tisch. Entschuldigung. Ach, kriegst du das auf? Sauber, ordentlich. Oh, sie kriegt's ordentlich sauber auf! Und das mit diesen komischen Krallen... ne, ah, jetzt hat's doch kaputt gemacht. Ja, das finde ich einfacher zum rausholen. Oh, mal wieder der Güterzug. Mal wieder. Skrallen. Was? Halt. Nicht so schnell. Skrallen. Ah. Na, das war grad unscharf, der Satz. Sieben vollendet. Ah, ah, ah. Der Anfang von Ende. Was ist das? Ist ja komplett schwarz. Gehört die so? Ähm, die ist wirklich komplett schwarz. Seht ihr das? Ey, das muss ich googlen, ob die so... Hä, das ist doch... ist das nicht... Es ist... die ist komplett schwarz. Das ist doch kein... das macht doch überhaupt keinen Sinn. Falls du sieben oder mehr finsternes Monster in deinem Friedhof hast, verbanne fünf finsternes Monster von deinem Friedhof, ziehe drei Karten. Hä? Die ist wirklich komplett schwarz? Das ist... also das Bild. Der Anfang... Die... das ist doch... Nicht, dass wir hier ein, ähm, Ding haben. Missprint. So, blauäuger Silberzombie. Nett. Ein Tick runter. Sprengkugel. Uh, geil. Mal weiter. Maschinenumwandlungsfabrik. Und nochmal so weiter. Ey, das war ja nur Nieten. Das war komplett... Aber hier, der Anfang vom Ende. Da gucken wir später mal bei YouTube. Äh, bei YouTube sage ich schon. Hier, ähm, bei eBay. Oder Card Market. Also macht überhaupt keinen Sinn, dass die schwarz ist. Ja, geil. 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 Fortnot. Hier, die super, super Kinderschere. Uh, schnipp, schnipp. Zeig mal. Zeig mal kurz die. Aha. Seht ihr das? Rettungsschwimmerin. Geil. 241. Nett, nett. Ich mach das bloß. Hier ne schöne Box. Hier, ne schöne Box. Hier, raus. Und man hat ne schöne Dose. Ja. Und man hat ne schöne Dose. Ja. Und den Rest nimmst du. Also eigentlich sammeln wir das nicht. Aber dadurch, dass die echt günstig von der Box. Darf ich mal mit als Gag. Als kleiner Gag. Und ich. Mal abwarten. Ich hab mal bei eBay gesehen, da sind echt einige Karten dabei. Da kriegst du, da kriegst du 20 Euro für ne Karte. Also ich kenn das von Pokémon und HBO, aber. Jetzt hat's ausgepackt. Yeah. Warte mal. Andersrum. Dreh mal um die Karten. Du hast die Beschreibung. Wir wollen die Bildchen sehen jetzt. Seht aus wie du. Ah, ja. Farmer Manu. Ist klar. Ja. Oh, da seht ihr den Farmer Manu. Spitzhacke? Welche ist das? Kenn ich nicht. Was ist das? Jack. Jack. Der Jack Spammer. Das ist die Katze. Woher war ich? Also nicht die Karte ist die Katze. Die Katze miaut. Ah. Guck mal. Was steht da hinten dran? Wo? Nur ne Kommen. Ja. Unkoppelt gemacht. Ah. Spiel 10. Das gibt's auch. Hätt ich jetzt nicht wieder. Ich dachte, da gibt's echt nur diese... Okay. Mach weiter. Was ist das denn für ein Laserstreif? 55. Warte 55. Ja. Und... Wie hieß der? Ah. Der Circlebreaker. Okay. Warte. Warte. Arm kratzt. Jo. Muss kurz kratzen. Na, ist doch. Jetzt mal. Vor allem ist der falsche Arm jetzt. Haha. Oh. Ich hab noch was von Müller gekriegt. Das zeig ich euch auch gleich. Eine Pokémon-Promocard. Gab's an der Kasse. Die ist cool. Skorpion. Haha. Für die Serie, die wir letztens gekriegt haben. Ja. Die ist cool. Ja. Quimson Scout. Ah. Okay. Gucken wir, ob wir auch eine Glitzerkarte kriegen. Der Sniper. Ähm. Ah. Voll unscharf. Scheiß Kamera. Das ist ein Problem, wenn man das mit Nanny macht. Okay. Das ist lustig. Ich weiß nicht mal, was so ein Spieler mit den Karten macht. Ah. Ah. Uuuuh. Kannst du ja verlosen. Longshot. Ah, schasch da. Longshot. Zack. Da liegt der. Karte 177. Wie viele waren es? Stand irgendwo drauf. Uuuuh. 300 Karten-Set. Series 1. 6 Karten pro Pack. Davon. 100 Base. 50 Uncommons. 50 Web. 50 Apex. Und 50 Legendary. Ich weiß noch nicht mal. Oder was die zu... Ah. Epic. Das ist ein Epic-Ausbild. Oh. Wir haben Waffe gezogen. Die Sub-Machine Gun. Was? Wie? Clash? Wie Clash? Wie Clash? Wie Clash? Wie Clash? Ne. Ist noch mit 1 P. Wie Clash. Wie Clash. Finde ich lustig. Da siehst du voll die alte Map und so. Ist ja auch krass. Was? Ja. Krass. Ist das nicht das... 1 von den Tilted Wars gewesen? Oder? Ne. Welches Gebäude waren das? Hm. Ah. Die Weihnachtsstadt. Keinig, oder? Die ist ja cool. Hm. Gibt es das Outfit der echten Dings? Ne. Das ist doch... Ist das nicht vom Dings Rettet der Welt? Aber das ist doch nicht vom Battle Royale. Wear Outfit. Ne. Ey. Das... Also... Ganz ehrlich. Das hätte ich mir sogar gekauft. Für V-Bucks. Das ist schon cool. Ich glaube nicht. Ich glaube das gab es für Rettet der Welt. Ne. So. So. Hier. Die habe ich auch noch gekriegt. Von Müller. Jetzt ein bisschen schärfer. Da. Und hinten drauf. Gala. Barrikadax. Promokarte. So. Hat mir die Kassierung gegeben. Vielen Dank. Jetzt bleiben aber noch drei über, ne. Die wollen wir auch noch aufmachen. Ich hätte gerne eine Glitzerkarte. Kann aber nicht wahr sein. Zehn Booster und nicht mal eine Glitzerkarte. Also mit den WIU-Karten. So. Da haben wir den Nutschen durch. Ja. Medikit. Jetzt kann ich euch heilen. Dann Luftballon. Kennt man ja. Kommt mir bekannt vor. Die hattest du auch. Nein. Ich hatte eine ähnliche. Hattest du eine ähnliche? Mhm. Dann hier. Und. Mr. Tiki Taka. Mitzma. Warte. Wo sind deine? Das will ich sehen. Warte. Wir suchen jetzt die hier. Verdammt. Deine sind jetzt komplett umgedreht. Ja. Okay. Du hattest echt eine andere. Aber auch mit Burger und Tomate. Burger und Tomate. Hattest du noch ein bisschen mehr. Hübs. Zünder. War doch eine andere. Mensch Leute. Ich will doch nur eine. Eine gute Glitzerkarte haben. Ah. Diese blühen. Warum sind die so eng? Oh. Der Revolver. Dann haben wir. Miss Santa. Oh. Sexy. Was ist das? Eine Checkliste. Das ist einfach nur eine Checkliste. Ernsthaft? Das wird als Karte bezeichnet? Das ist das für eine Verarsche. Miete. Das ist ja wohl die größte Miete ever. Hey. Sowas gab es früher auch bei. Ich glaube bei Pokemon war es. Aber es wurde nicht als einzelne. Also als Karte bezeichnet. Es wurde als extra dazu gepackt. Also ernsthaft. Panini. Bisschen und horch. Ne? Ja. Aber auch wieder Tomatenburger. Und die ist ja cool. Die. Travel for Art. Die. 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 Aber leider nicht. Eine Checkliste. Ich glaube ich spinne. Vor allem. Die geht von 201 bis 250. Das heißt diese Checklisten. Davon gibt es ja auch nochmal. 6 Stück. Äh. Die. Das Ende. Das letzte Bluster. Das letzte Bluster und. Und der sieht auch aus wie du. Der sieht aus wie Tobi. Vor allem die Nase. Ich bin auf dem Gehirn geschehen. Spitzhacke. Find ich cool. das ist das schon wieder bürger und tomate also bürger auf jeden fall aber es kann sein dass er wirklich eine tomate abknallt diese realität zwischen den beiden ich habe nicht mal eine wehr oder so aber jetzt ist nicht meine wehr und tust ja aber jetzt auch geil letzten der ich sehe gerade was bleibt also schwarzes herz und luft herz aber zu wenigstens eine da bin ich jetzt bin ich leider im letzten booster aber das beste kommt zum schluss ja eben also wir haben zwei wir haben ja einmal epic und einmal eine löschen durch ich weiß gar nicht die medis glaube ich dies auch immer müsste in der dosen und dose immer eine andere sein also auch das war's ne würde ich sagen der anfang von m da guck ich jetzt ob das ob das kein missprint ist also ich war schwarz